Flip. Gute Frage. Flippen, ausflippen, das weiß ich, aber Flip. Flip schad, aber mich würde es interessieren. Super Name, kann für vieles verwendet werden, aber ich glaube, es steht für Life Park. Das Beste am Flip ist schlicht und einfach, dass es es gibt. Flip steht für, ich hole dich ab, ich führe dich durch Wissen in einer Form, dass es für dich lebendig erfahrbar wird. Basiswissen zu vermitteln, Kompetenz sich anzueignen, sich wohlzufühlen mit finanziellen Entscheidungen. Farbig, lässig, interessante, packende Finanzbildung. Wir wollen den jungen Menschen klarmachen, wie wichtig finanzielles Wissen für ihr ganzes Leben ist. So the first time I hear about Flip was a couple of years before Flip became a reality. Ist es so, wir haben hier hinten einen LED-Baustein. Ich habe, glaube ich, zum ersten Mal 2015 von Flip gehört. Vor sieben, acht Jahren, wo die Idee eines Financial Life Parks in den Plänen des Campus aufgetaucht ist, die Idee habe ich von Anfang an spannend gefunden. So, the moment I remember the best was five years ago when we opened the Flip. Als wir hier den gesamten Eingangsbereich unter Wasser gesetzt haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Flip ist eröffnet und getaucht. Man erlebt immer wieder was Neues, wenn man hierher kommt, Unerwartetes, Unentdecktes. In den letzten fünf Jahren gab es natürlich hier einige lustige Momente im Flip. Der für mich schönste war, als ein 16-jähriges Mädel uns einmal gesagt hat, dass sie zwei Stunden lang, denn so lange dauert bei uns eine Tour, nicht an ihr Handy gedacht hat. Der Austausch zwischen den Menschen, zwischen den Vermittlern und den Schülerinnen ist das Wesentliche. Ich habe erlebt, dass ein unglaublich engagiertes Team an der Weiterentwicklung vom Flip gearbeitet hat. Sowohl hier die Inhalte für die Flip-Tour, die wir weiterentwickeln und aktualisieren, die Inhalte auf unserer Website, die Unterrichtsmaterialien. Während Corona haben wir als Flip sogar selbst Online-Seminare kreiert, Online-Digi-Dours gestalten. Alles, was du jetzt hier siehst, haben wir in den virtuellen Raum verfrachtet. Dazu gekommen ist, dass ich die Figur Dr. Dr. Manni darstelle. Wenn man es auch so sagen möchte, ich bin die Dreh- und Angelscheibe im Flip. Ich habe mich sehr gefreut auf die Wiedereröffnung. Eine Schulklasse gestern wieder begrüßen zu dürfen. Ein wenig Gänsehaut. Gerade haben wir es eröffnet und schon wird es fünf. Fünf Jahre alt. Fünf. Fünf. Fünf Jahre alt. Fünf. Fünf. Fünf Jahre alt. Ich wünsche mir, dass wir weiterhin so viele junge Menschen erreichen und ihnen zeigen, dass es Spaß macht, sich um seine eigenen Finanzen zu kümmern. Ich wünsche dem Flip, dass es genauso beliebt bleibt, genauso innovativ bleibt. Dass Flip ein Teil von einem größeren Ökosystem werden kann, wo wir Finanzwissen vermitteln können. Ich wünsche dem Flip ganz viele Schwestern und Brüder in Österreich, in unserer Region, in ganz Europa, dass ganz viele Menschen einen einfachen und niederschwelligen Zugang zur Finanzbildung haben. Fünf Jahre alt. Fünf.